Könnt ihr mal alle Muschi sagen? Muschi, Muschi. Das ist schon der vorletzte Gig, habe ich mir ein neues Bühnenoutfit gemacht. Äh, ne, du hast einfach deins vergessen und ich habe gesagt, es muss ein bisschen gold werden. Ich habe es verloren, also eigentlich habe ich es verloren. Oder es wurde mir geklaut. Wahrscheinlich das kleine Ding. Der hat es irgendwo zuhause rumliegen. Und dann habe ich die Nasti mit Goldstaub vollgemacht und jetzt ist meine ganze Gitarre voll mit Goldstaub und ich kriege es nicht mehr weg. Ja, das nächste Mal kriegst du eine goldene Nippel und gehst ohne T-Shirt, wenn du deine Satze vergisst. Und hast du schon was auf Spanisch gelernt? Ja. Du? Ich? Ja. F&K, how goes it you? Maricón. Malakas. Dani, Dani, ist Dani. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hihos de p***. Ey, ey, ey. Madre tiene unos cojones grandes. Ja. 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 Ei, ey, 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 ey. » 2, 3, 4 2, 3, 4 Ich hab auch gesagt, das ist nur für den Duft Spinnst du, ey, alle Tage Nee, du warst Klassensprecher mehrmals Ich war sehr beliebt Ich musste in der Schule sogar Autogramme geben Manchmal will ich ihn so schlagen Ja, da hast du so eine richtige Reinschlagfresse Ich sag's dir eigentlich Unser Flieger von Asturias nach Madrid hat Verspätung Das heißt, dass wir unseren Flieger nach Frankfurt verpasst haben und jetzt müssen wir in Madrid übernachten Die Nastik lernen Scream 5 Minuten Aber einen bockt's überhaupt nicht Hi! Was sagst du dazu? Gar nichts mehr So, wir haben's geschafft Haben endlich unsere Tickets für den neuen Flieger bekommen Der übrigens jetzt morgen geht Wir haben's noch nicht geschafft, ist noch nicht im Hotel Und jetzt Wo gehen wir hin, David? Hoffentlich Ja So So Am I still waiting For this boy to start trading? Yes And find her to agree Hola Spanner Spanner So ein Bauer, ey Immer noch geht ein scheiß Spiel da EFZ soll's auch aufhören Die Dekoration bleibt so fieb Von dem du siehst Es ist Obst im Haus Alter, immer noch dieses Spiel Wollt ihr mal herkommen für das Tourvideo, oder nicht? Wollt ihr mal herkommen für das Tourvideo? Das ist der David. Wo ist denn das? Smile, komm!